Kann wie sei. Ist ja mit meinen Augen los hier. Vielleicht? Doch, du bist blind. Nee. Ach. Nee, nee. Hört mal eigentlich das Klick-Geräusch, wenn ich wieder aggressiv klicke hier. So. Ich bin immer noch froh, dass ich mein Portal zugemauert habe, also dass da keiner mal mich sehen kann, wenn ich durchkomme. Ist das nacht? Na? Mittag. Sonst ist es immer nacht. Da musst du auch dann nicht, dass auch immer so ein Küper kommt. So. Ähm. Ja, Mann. Ach ja, genug Änderungen hatte ich ja. Das stimmt ja. Oh, cool. Da sieht man ein Stern. Über Tag. Sternen, Himmel. Okay. Weil das ein bisschen gemischt ist, das ist auch gut. Das finde ich immer noch am besten, dass die, wenn du die übereinander machst, dass die Fähne das Texturen. Ja, aber... Mir reicht das Sparks, wenn du kein anderes Zeug da hast, Modpack etc. brauchst es auch nicht so dringend. Ja, aber bei Sparks ist irgendwie nicht alles dabei, hab ich gesehen gehabt. Doch. Na gut, näht er weg oder sowas. Das ist ja... Was ist denn hier los? Dann ist dann so ein fettes Loch hier. Ach. Warte mal, ich glaub, ich wollte beide Spitzhacken zusammentun deswegen. Dass ich haltbar keine Effizienz auf einer drauf hab. Ja, das war das. Boah, ich bin so schlecht zu verpeilen, das geht gar nicht. Weil ich noch Diamanten noch haben muss ordentlich. Weil ich noch ein Stück hab. Drei Gasdrehen hab ich. Weiß ich mir die Blazewords grad nicht stört, die kann mich alle anfackeln wie sie Bock haben. Ach, Blazewords hab ich. Zack, Zack, Reiner mit, den ganzen Müll, Pilsen. Ja, man kriegt dann sogar gar keinen Schaden. Ich dachte von den Kugeln kriegt man so allgemein noch ein bisschen Schaden, aber nein. Ja, wahrscheinlich wenn du den Trank aufhast nicht. Eine Fackel hab ich nur dabei, bin nicht weg. What the fuck, Herr Rosa, kommen Sie mal her. Also da ist ein richtig geiler Himmel mit bei. Ein richtig geiler Sternenhimmel. Sternenhimmel. Sternenhimmel, oh Sternenhimmel, wow, 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 wow. Papp, papp, papp. Naja, hier der alle blazed. Jaja, du fappst doch immer. Es geht ab hier, ihr Nudeln. Oh, jetzt hab ich kein Schwert. Oh, ich hab nur noch zwei Herzen, das ist ja gar nicht geil. Oh, bist du schlecht. Sag mal nicht, bitte sag ich auch Holz. Äh, meine Axt. Kommt nach Woll auf, am Holz abzubauen. Wir haben ein bisschen Ärger hier machen. Oh, ist das dunkel. Na, Kuiper? Ne. Achso, okay. Drei Pilzen sind hier. Warte mal. Pick, Pickman, wenn da einem schlafen. Oh, Zombie, verpiss dich. Geh mir nicht auf den Sack. Sterb. Weh. Ja, aber es ist vielleicht auch ne Zombieline. Weißt du's? Nö. Zombie Flash. Zombie Flash. Zombie Flash. What'n Flash? Ja. Hey Zombie. Hi Zombie. Fuck. So. Da sind auch mehr Zombie-Texte hinzugekommen. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Ist der Flash dämlich. Tausch. Warum geh ich eigentlich nicht schlafen? Bin ich bescheuert? Ja. Ja. Merke ich schon. Hey, wie kam ich denn da mal in den Tunnel rein? Da war doch grad ne Whizzer. Whizzer. Habe ich da rum? Stedgard, hm? Warum? Oh, toll. Geh mal. Spass bei mir rum. Mit den Einstellungen, Steuerung. Eigentlich wieder deine Sounds erspannen. Da muss ich da ein setzen. Werde ich. Okay, jetzt kann ich wieder spielen. Kann ich wieder sprinten. Warum lass mal den Sounds nicht umspannen. Das hab ich immer nur bei der Kloppen Projekt. Ja. Komisch auch. Ja. Richtig komisch. So komisch wie du. Und ich springe die, yay. Fuck. Dann müssen wir wieder meinen gehen. Fuck. Fuck. Nein. Lass das. Was? Was sagst du jetzt nicht? Was sagst du jetzt nicht? Was sagst du jetzt nicht? Ich. Das ist ein Arsch. Ich weiß. Gut. Gut, dass du es weißt. Dann weißt du das. Dass du weißt, dass du einen an der Gletscher hast. Ja. Skill. Dass du dann immer noch weißt, dass du einen an der Gletscher hast. Und weißt, dass du einen an der Gletscher hast. Skill. Und ich laber nur Müll grad schon wieder. Ah, ist ja nichts neues. Oh, yes. Warum gibt's mir keine Köpfe? Boah, ich war jetzt auch schwer. Meinst du es besser? Ja, eigentlich, bei mir ging das besser. Toll. Bei mir zumindest. Oh, du bist so blöd wahrscheinlich. Ich glaub ich jetzt nicht. Ich glaub ich brauch irgendwie Looting noch. Irgendwie auch Schwert oder so. Wär vielleicht auch noch sinnvoll. Aber wenn man sie jetzt nicht kriegt. Looting. Also nicht. Kriegst du wahrscheinlich auch nicht. Doch. Oh, eine Minute hab ich noch die Tränke. Ja. Ja. Dann stell ich mich schon wieder. Hä? Dann schreist du einfach zu laut. Und nervig aber nicht. Ich schrei noch nicht mehr zu laut. Warte mal kurz. Hallo. Und trotzdem werd ich mich auch leiser machen. Das ist ja komisch. Ach, ich bloß nicht leiser. fast gerade so wieder hochgedreht einfach das kannst du so nicht sagen meine schwester kommt heute auch oh mein gott seine schwester kommt heute auch nicht so cool was denn du hast gesagt deine schwester kommt heute auch ja habe ich irgendwas anders gemeint du hast mir was anderes gedacht würde ich nie machen vor allem du nicht ich denke ich hätte irgendwas im kopf wieder da ist es nun mal bei dir tschüss der skelett tschüss der skala toni das italienische skelett skala berlusconi denn ich will ja man ja und ich will irgendjemand scheiß kopf hier oder was was für mich habe ich schon mal gesagt ernsthaft ich habe immer noch kein als redstone was das hier für eine bläge verarsch ich bin schon level 20 aber noch kein kopf der schwein wieder gleich auch mal bei ihm nein doch das machen sie nicht und ich brauche jetzt wieder recken ich glaube ich brauche noch regeneration stränke mehr das ist ja auch mal bei mir naja kann ich eigentlich gleich mal machen naja 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 und dann brauchen wir den an dem wir ihn hinter mir haben mal aber wirklich hinter mir haben ein bisschen 114 115 15 prozent nutzer das heftige ist auf diesem server da nutzt er gerade mal 0 prozent ok und hat volle 190 erfährt scheiße und das dauert gigabyte aber nur vanille oder ja nein es ist nicht wahr tot was musst du denn an dauern ich klatsche auch die ganzen pigments alle um ja trotzdem wenn du es auch schwer machst sonst kann man das bestätigt wird Regenerationsdenken gleich mitgenommen jetzt reicht es hier boof ich muss jetzt mal zurück wasser einmal mitnehmen was soll ich mit valum 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 ich habe doch ein kleines stück wo ich dich auch ankündige toll du hast mich einfach vergessen ich warte ja mal einen kleinen moment ja 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 auf richtig gestartet und dann habe ich erst los dass die einfach vergessen da wird die vergessen ich mag dich nicht ja das war mir klar ich auch nicht damit werden wir jetzt einfach alle projekte ja da habe ich gar keins mehr schade das war das gasten leute ja ich bin jetzt einfach ich mache es einfach neuen kanal auf weil so langsam mein kanal einfach nicht mehr sinn macht macht den neuen kanal auf die ganzen abonnenten weil du so viele inaktive abonnenten hast genau dann macht man auch dann hast du auch ganz schnell wieder inaktive abonnenten dann machst du wieder ein neun auf einmal von so viel auf wie es geht und land über das gleiche video ja mehr kann sie haben besser geht es nicht ich war nachher aber wenn ich auch noch nicht kann ich wegrennen ja das könnte das könnte passieren aber als kräftig alle fragen mich nicht immer so was machen kann man kann was extra 9 auch machen gewollt so viel nach oben entklappt habe ich gehabt ja wie man sich warum weiß er das mein name mein name ist das egal wo bin ich gestorben ich glaube da unten warum zu sterben da habe ich schon erfahrungspunkte wie level hattest du 20 jetzt habe ich gleich wieder gar nichts weil mich so kack skeletti abballert toll jetzt bin ich schon wieder tot was machst du denn ach das ist so nervig hier ja glaub ich dir und gleich jetzt habe ich keinen Bock mehr jetzt einfach das projekt ja ja nervig hier kann nicht wahr sein ja dann bist du kurz davor dann weißt du erst kommt blaze ward dann kommt noch weißt du garst um die ecke nein dann kommt noch ein skelett genau vor deinem gesicht hätte ich aber auch nicht geschafft weil ein wiser auch schon im ecke war ja ich habe mich eben ganz schnell gemutet warum ach du mutest dich beim niesen wie kommt es ja bist du professionell oder was weil du gerade am labern warst deswegen na und bist du professionell oder was nö du nies auch so in den Aufnahmen weil du warst gerade am labern ja und hättest du mit einem gekonnten Nieser unterbrochen und dann hättest du dich wieder voll erschrocken ja hätte ich mich auch das war das geilste ehrlich ja der war aber auch laut ey den Eintrachter du hörst du was? na ob du ne Katze umgebracht hast ich hab mir den voll kaputt gelacht jetzt seine Glücksschmesser kann ich am besten hättest du mir vor allem geben können ja hättest du mir vor allem geben können ist klar ja das hätt dich machen können hättest du aber nicht gemacht doch hättest du auch haben können doch hättest du auch haben können liegt uns ständig in der Kiste da rum ja voll die eine Whizzer haben toll toll so 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 Vielen Dank.